Olaf Scholz ist wirklich der Kanzler der Nichtleistung und dafür der wunderbaren Wort Neuschöpfungen. Wumms, Doppelwumms, Zeitenwende und jetzt sind wir angelangt beim Deutschlandpakt. Dieser Deutschlandpakt funktioniert natürlich genauso wenig wie der Deutschlandtakt bei der Deutschen Bahn, von dem wir ja wissen, dass er erst von 2035 auf 2070 verschoben worden ist. Ähnlich wenig funktional ist der Deutschlandpakt von Olaf Scholz. Wenn man sich seine Rede anhört und ich saß ja im Plenum, dann stellt man sich wirklich die Frage und was soll jetzt bitte der Inhalt dieses Paktes sein, dieses Deals, wahrscheinlich mal wieder gegen die Bevölkerung gerichtet. Und alles, was er damit meint, ist im Prinzip sich der SPD-Politik unterzuordnen, deren Vorstellungen einer globalen sozialen Gerechtigkeit, die nichts anderes ist, als die Massenalimentierung von Leuten, die nicht arbeiten wollen und die Massenimmigration von Leuten, die nicht hergehören. Und alles, was das nicht ist, ist eben auch nicht Teil des Deutschlandpaktes, den jetzt Olaf Scholz umfangreich finanzieren will mit Mitteln, die wir nicht haben. Wir von der AfD sagen ganz klar, wir brauchen keinen Deutschlandpakt. Wir brauchen keine Pakte, wir brauchen keine Deals, wir brauchen keine Wenden und wir brauchen keine Wumse, sondern wir brauchen endlich einmal eine Politik, die ganz klar und deutlich für den Bürger einsteht. Und das bedeutet ganz klar Steuern runter, Ausgaben runter und natürlich insbesondere diese ganzen Belastungen runter, die uns auszehren, die illegale Migration, die sogenannte Geflüchtetenmigration, aber natürlich auch die Anzahl der Bezieher von Bürgergeld und anderen Sozialleistungen. Das ist die Lösung, um uns wieder in Gang zu bringen, kombiniert mit einer Wiederaufnahme der Kernkraft und vor allem auch mit einer ganz, ganz friedensfokussierten Außenpolitik. So kommen wir wieder zurück auf die Beine und nicht mit einem Wumms oder einer Zeitenwende oder irgendeinem Deutschlandpakt, wo sich weder die Menschen für den Titel noch für den Inhalt wirklich interessieren. Deutschland hatte ja mal die Hymne, ist jetzt nicht mehr gut auferstanden aus Ruinen, aber man hat das Gefühl, mit Olaf Scholz kommen wir wieder zu den Ruinen.